Hallo Leute, hier sind wieder Eike und Anni vom VERRA TV. Wir berichten heute aus Eisenach, der wunderschönen Bad Burgstadt. Die Polizei ist auch schon da. Sehr viele Leute, die für ihre Freiheit spazieren gehen. Die Polizei ist auch schon da. 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 Das muss erstmal. Nase putzen. Das muss man sagen. Achtung, Achtung. Ich verööten eine Durchsage von der Polizei. Ich bitte mich an die Teilnehmer der Ansammlung in der Bahnhofstraße. Ihre Ansammlung verstößt gegen den Fiktionsschutz-Matenablauf. Wir hören euch nicht! Schöpfle, 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 Schöpfle. Schöpfle, 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 Schöpf Ja, das ist ein kleines. Frieden, Freiheit, keine Diktatur! Frieden, Freiheit, keine Diktatur! Frieden, Freiheit, keine Diktatur! Frieden, Freiheit, keine Diktatur!